Moin moin, wir sind wieder da bei TTT, mit dabei heute die üblichen Verdächtigen, nämlich der Bleddick, Yoho, let's go! Der Heiler, Ok Der Black Soul, Servus Der Triple D Moin moin Der Jan, Hi Der Chrisgold, Maltrad Der Maddin, Servus Und der Atta Werde ich vielleicht, siehe Prihinum Ja, genau das wollte ich hören, und damit ist die Runde eröffnet Pow, Flyktot Atta, warum eigentlich? Ich bin so negativ eingestellt heute Weil der Traitor ist und er Flykt umbringen will Hat der noch eine Rechnung mit dir offen, Flykt? Ja Kommt drauf an, wenn du Rechnung meinst, dass ich ihn irgendwann getötet habe, auf intelligent Art und Weise Nee, ich hab ihm ein Eis ausgegeben und er hat nur nicht bezahlt Oh, das ist immer ganz mies Also, das ist, also, Flykt, ne? Das geht ja mal gar nicht Da hat einer auf mich geschossen Mit dem Sniper Der hockt da hinten Und das ist der Heiler Oben auf dem Dach ist einer Was? Ja, oben auf dem Dach ist einer Aber ich habe nur Glock Der Atta ist oben Der Atta ist oben Auf welchem Dach? Der Atta ist oben auf dem Traitor Dach Nein Auf dem Traitor Dach? Wo ist das denn? Das ist gelogen Flykt ist Traitor Ja, Atta Ich bin auf keinem Dach Ich bin auf keinem Dach Ich bin auf keinem Dach Ich bin hier aber angeschossen von irgendjemandem Warum ist der Jan? Guck mal, die Rutsche auf Rutschen Er kann mir was von Rutschen gehört War nicht irgendwie einer der Rutschen Traitor Tester? Alter Atta Und man sollte die Rutsche auf Rutsche auf Rutsche auf Rutschen Indem man da vorne an der anderen Wandseite hochgeht Wow Wie kommst du auf die andere Seite rauf? Weil da kann man eigentlich nicht hochspringen Da kannst du hochspringen, natürlich Ich bin vom Dach drüber gehüpft Jetzt sogar, ich habe es gerade gemacht Ja, das ist Wenn ich dich auch umdrehen kann und mich erschießen, ne? Ich musste nachladen Danke Ja, wenn du runterkommst, kriegst du dann mit Nee, nee, nee Ich komme hier bloß nicht mehr runter, ohne zu schnell Aber voll doch ins Wasser springen Schreibe ich den Sprung? Von hier aus nicht Oder? Ja Ja Äh, warte, warte, ich hole dich runter Böppel, die is it Gar nicht, gar nicht, gar nicht Nein, du hast gerade auch geknallt, aber nein Blake Ja Jan Servus Servus Der Heiler Ja auch noch Wir kommen hier nicht rein, hier, mach die Tür auf Der Chris ist Traitor, nein, ist er nicht Na klar bin ich Traitor Du solltest, glaube ich, die Tür hier aufkriegen Oh, ich habe geschossen Ja, die Tür ist nämlich Traitor, da habe ich gerade abgekleilt gehabt Wo ist denn der? Oben Ach, da hinten Hm Ja, Jan Gibst hier auch ein Restaurant? Jan Bist du so verwundet? Jan Ich bin wieder hoch Ich habe geknallt, weil der Traitor ist Oh, Chris, das war knapp Oh Gott Ich habe nur Glad angeschossen Ja, aber ich war hinter dem Glas Wo ist denn der? Ich sehe den nicht Seht ihr nicht? Du willst ihn auch nicht sehen, glaub mir Ja Doch Gibt hier kein Recht für Wrang? Ich habe Hunger Kann man hier runterrutschen eigentlich oder hochrutschen? Wasser gibt es noch? Er scheint tot zu sein Ja Ja Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Ah, wie genutzt Aber das gute ist, dass der so ein schlechter Schütze ist hey ja dabei ist der zweite das weiß ich ja bereits so ist der dritte ich sag mal das war jetzt gerade wie mich keiner hört ich rufe ich wusste nicht das wort hinter mir ein bisschen abgesehen davon ich rufe so von der blut die ist es und keiner ich wusste schon das heißt ich habe noch nicht gesehen zum thema rutschen das ist ein traiter test sollte dann nicht unbedingt aufgrund rutschen und zum anderen vielleicht die große ich war traiter ja das ist richtig aber man kommt wirklich man kommt auch wirklich anders so das geht aber nicht niemand so schnell wenn man den sporn schon klar bist du bist über den aufzell über den automaten hoch richtig das ist aber geil dass du aufgehört hast ja weil du hat einfach nicht zurück geschossen hast das war halt extrem ich wusste nicht von woher hat die gerade jemand eine feuergranate drauf gesetzt schmerzen und wohl jetzt und cool und letztlich hätte ich den sprung geschafft jetzt nicht wieder vollgelegt ich hätte ich schon abgeschneidt und warum sollte ich damit ich dir helfen kann ja was ich einen neuen kaufen muss keine munition keine credits war aber hier hat doch immer diese misstrauischen leute angeschossen wo sind jetzt jährlich überhaupt verletzt ja ich wurde gerade eben am sport mit schießt dann auf mich ich schieße nicht auf dich ich bin der sie auf die habe haben ich glaube hat gerade echt abgang gemacht das ist ja böse auf die garten weil es da schon minimal pech leute ich habe eine leiche entdeckt wo bei dir chris ich habe jetzt ich glaube du bist das kann also ich mal jetzt den letzten lebenden inno das gibt es doch nicht du drehst du drehst du drehst du drehst du drehst du drehst du um das was das für eine waffe ich hab's gerochen und ich schieße das war weißt du nicht weil es so schön heiler aus der entfernung vom sport bis rüber übers becken abgeklatscht ja ich habe noch ein um kippen sehen nach zwei leute gerissen war ganz lecker ich habe mir auch das fleisch einverleibt doch mal action bin schon wieder terrorist ja ist langweilig hey dann richtig das glas zerstören hi flag hinter dir guck mal hinter dir ist der atta lass ihn killen ok alles klar alter wir machen jetzt aber wir sind gesossen ja wir kennen jetzt nicht hat der dh so gesagt wir haben gerade beschlossen dass wir dich töten der dh hat gar nichts gesagt der dh isst pizza stücke zum nachtisch ich habe so schön wie das rückwärts an ich glaube ich glaube bei dem die leiche in der nähe ist ah nein der dh nämlich keine pizza mehr isst mag der dh keine pizza doch der dh mag pizza hi atta wieso hast du ne arve äh damit ich dich jetzt ab der atta hat ne arve ich glaube links von dir ist ein c links von dir also da hinter der ecke oder oder was liegt denn da das ist der martin badly wounded ja er hat mit atta geschossen warum er hat auf mich als erstes abgezogen ich bin hier entlang gelaufen rückwärts hab nur geguckt dass er mich nicht abschießt und dann schießt er auf mich los ich geh weg gerne weg weg heilung warte mal ich sehe eigentlich nur noch madin heiler und dich ah ne da hinten ist noch einer ach der chris ist da noch da hinten da ist dann madin like dem vertraue ich auch nicht äh chris verfolgt mich oh mein gott like chris ist es like lebst du noch aella ja den habe ich gesehen chris ist es ich sag es dir der ist halt gerade aufgeklatscht ich glaube ich bin alleine gegen euch kann das sein ja und ich bin eh nur ich wurde von atta angeklatscht oah die 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 Ja, Chris wird jetzt sehr interessant mit uns zwei, ne? Ich meine jetzt so wir zwei alleine. Ach, komm mal her. Was ist denn überhaupt? Ja. Ich bin ein Tönerschuss. Mann, du warst das, oder? Nein, Mann, ich war es nicht. Deshalb ist er doch jetzt gestorben und die anderen haben gewonnen. Hila und Chris waren es. Ach ja. Das war absolut random. Ich hab den Jan jetzt gesucht. Ja, weil der Arter ist halt auf mich los gegangen. Hab ich gedacht, er ist Trash. Ja, und du bist auf mich los gegangen mit deinen Verdächtigungen und Anschuldigungen und so. Irgendwann hat der Finger gesagt, leck mich. Und dann treffe ich dich dreimal mit deinem Rifle und du bist auch am Eis essen gemütlich. Und denkst ja so, jetzt schieß ich mal zurück. Ich hab halt nur im Eiskal noch 45 Leben gehabt nach dir, Atta. Weil ich... Irgendwie war vielleicht einer auch immer so ruhig, hat nichts mehr gesagt. Deswegen dachte ich, das kannst doch du gewesen sein. Ja, eigentlich schon, ne? Ach Leute. Oh ja. Das machen wir mal wieder. Ja. Darf ich auch mal das rote Zeichen kriegen. Wir machen mal wieder ein bisschen Fliegerei. Oh Mann. Der liegt das Traitor. Ganz klar. Der liegt das Traitor. Von daher. Jetzt schmeißen wir das Smoke. In den Pool. E. C. O. N. N. I. Traitor? Ja, genau. Checkt Map dafür. Oh Mann. Der Heiler. Headshot. Jan ist auf Beef aus. Er hat mich gerade angerumpelt. If you want Beef, then bring the rocket. Oh Mann. Ach so. Bis ich da jetzt los war. Ich bin umgezogen. Es ist 20 vor. Kannst du vergessen. Wer ist das hier vor mir? Triple D? Auf wen ziehst du? Ja. Auf mich? Geh weg. Geh weg. Was ist denn mit dir los? Was laberst du da? Ja, da frage ich mich gerade auch. Geh weg. Ich bin auf jeden Fall einer oben an der Rutsche. Der ist sehr verdächtig. Ups. Chris ist proven. Ansonsten. Hey, da fliegt er Fly. I believe I can fly. Konnig. für mich komisch der ente 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 ja so langsam zeit dass wir ein bisschen action ergreifen was machen wir im der black doll ich denke mal ich könnte sein das ist das richtige was wir jetzt tun das ist der stand ziemlich komisch übrigens zeittechnisch würde ich mal ganz stark wieder eine person einschließen selbst in den verdächtigen kreis nein nein wir haben gleich nur noch drei minuten testen ich habe einen gefunden und chris gold kommt auf mich zu gerannt vom poolraum ja da ist er gerade rein hat die pools zugemacht warum hast du mal nicht abgeklärt habe ich was du hier hinten versteckst du dich hast du hast du gerade eingeschossen der ist in den poolraum rein also nicht diese in diesem raum wo man das nicht zu machen kann hat er lebst du noch ja klar okay er ist aber nicht mehr ist ich habe ihn gleich ich habe ihn gleich ja 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 da ist es ich bin halbtot und du bist tot verdammt eigentlich wenn man es genau nimmt bin ich ein viertel tot aber ohne jetzt keine absen zählen hier also jan sag mal was ja mike eiler und blacky ist es doch bist du habe ich nicht komm zeigt mir dass du es bist auch menno dachte er hat was schweres runter geschossen stand ich da oben habe beobachtet was du mit atomast auf den konfirmes erstmal erst okay tot an ich habe mich angeschossen hat aber das wusste ich schon ich wusste das wusste ich schon nachdem du bei den kabinen warst und der einzige war der aus der dorn der gegend war musste ich nur suchen weil ich hatte ein radar die kreppel und phd flopper das wollte ich eigentlich so benutzen aber kam ich da nicht vielleicht darf ich jetzt endlich mal heute schon krass von selber ist so gut so gut wie immer uh one shot er die alle freist wie die götter aus der überschießt das schon er hat um ob er hinter stecken anzünden und losnehmen aber kreppel es ist nicht mehr normal aber platte ich habe gerade gesehen dass du nur verdammte slides dabei hattest hatte ich nicht was soll ich denn eine silence gehabt haben von mir letzte runde hat es da eine gehabt weil wo ich dich abgeknallt hat da bleibt eine silence AWP von Position hier wurde eine BB entgegengeschmissen vielleicht wäre jemand ein Kind von dir ich gehe mal wutschen Trippel was machst du hier so alleine macht ihr da so zu zweit macht ihr hier zu viert was macht er hier in meinem Pool wer hat an meinem Pool gepinkelt er hat doch ein Tellerchen gebrezelt Bleddick ist Traitor falls noch niemand mitbekommen hat wer? Bleddick ja vielleicht schiebt alles auf mich ja ja das kann mit der AWP auf den Spawn hier ist grad irgendwer den Raum verschwunden ich bin Traitor hab ihn ich gehe in Firmen er sagt dass der Siegold der Twitter bist Bleddick so ja der ist es deiner Zeit in der AWP ist leider leer aber um Spawn müssten rein ja der Triple D wurde getötet von ihm Juuu da hinten sind Jan Christus und Hilo ja da ist grad irgendwer von euch hingekommen und in den Raum reingegangen ja ok aber da ist ja ein Porter drin von da her ist irgendwo bei den Kabinen dann Juuu Juuu und der ist es auch nö nein Chris Gold nein da haben wir den nächsten und der hatte Martin auf dem gewissen das heißt Blacksoul Heider oder Jan da ich voll in Rutsch bin da ich voll in Rutsch bin da ich voll in Rutsch bin ich kann auch gerne nochmal rutschen und mich als inno confirm ok dann äh Jan oder Blacksoul aber das ist schon wieder so lange dauert die Runde hier ne ne ich find's nicht keine Sorge diesmal nicht ich auch nicht da Jan jetzt auch relativ neu ist würde ich mal sagen ich hab ne AWP vom Detective übrigens ich noch einer äh wieso ist der nicht kommt mit Leute irgendwas läuft hier gerade nicht so wie es eigentlich geplant hatte äh Hyla ist da irgendwie ein bisschen verdächtig Blacksoul ist grad gestorben das heißt macht euch gegenseitig weg ich bin Proven ich bin auch safe ich war Rutschen ich soll gerne nochmal Rutschen gehen macht euch gegenseitig weg warum ist er so höher als Flyg ach du bist es ne Jan ist da Jan lebt noch ach Gott ne ihr könnts nicht beide sein Blacksoul ist tot da bin ich mir relativ sicher geht weg geh weg Jan ich kanns nicht sein wenn dann ist es der andere ich kann sagen dass es Jan ist äh ihr müsst es äh Blacksoul ist grad gestorben äh Blacksoul ist grad gestorben äh na wo bist du jetzt seid ihr echt aufs Dach hoch äh 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 oder auch nicht äh es ist so unmöglich mit dir frei der Blacksoul ist ja jedes mal das gleiche ich bin einmal Traitor lege einen um und du kommst um die Ecke gehören und siehst mich dabei ja was soll ich machen wenn du ach man das ist doch mal das ist doch mal geh in die andere Richtung du stehst auf der obersten Position auf dieser Map ja und wundest dich kein anderer hätte das gesehen kein anderer hätte das gesehen es hätte kein anderer gesehen aber nein du musst hinter mir herren weißt du wenn du Traitor bist aber das weißt du doch eigentlich nicht ich hab ja alle drei Traitor gemacht die Runde schon wieder deswegen versteh ich ja nicht weil du Traitor werden willst wenn du die ich glaub Jan war jetzt schon das vierte Mal Traitor oder so äh Chris hatte ein extremes Pech mit seinem ähm mit seinem Gewehr das er hatte ich finde Flyke darf nur mit einem Auge spielen okay also und einem Ohr und einer Hand und 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 einem halben Mund äh 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 aber wie Blackshower in die Mine reingerannt ist ne ich konnte das Frau lachen nicht mehr ne ich hab die gleiche Fußgänger gesagt ihr habt mich voll übersehen wow Redete cooles Zeug hi Mike wieso rennst du da um mit dem Ding rum mit dem Crabbinghook heila 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 vor allem geht mal ein bisschen weg geht mal ein bisschen weg zur Seite zur Seite zur Seite nicht da runter nicht unter mich heila heila ich sag's doch noch heila heila warum und hau noch nen Traitor erwischt nein ich bin runter gesprungen wir arbeiten jetzt zusammen wir bewachen jetzt den Raum des Todes und äh ich bin runter gesprungen sagt noch geht nicht unter mich und läuft direkt unter mich um des Todes deswegen hab ich ihn mitgenommen ja aber auch noch ich wollte nur zeigen dass ich ihn übersprayt hab das ist ein Traitor ah ja schon aber bledig wartea lass mich in Ruhe ne ich möchte mit dir zusammen arbeiten hm du bist auf jeden Fall gegen mich hör auf mir hinterher zu rennen hallo mal ich schmeiße noch die Waffe hin ups mir doch egal ich stalke der Hund ist wie ich mein Stalking und weiter geht's so ich finde Martin ist Traitor tot wieder irgendwelche wilden Anschuldigen im Anto ist es ja mach doch mal der Scoreboard auf der ist doch schon confirmed ja das war der der ich mit dem Stiefel aber aus Versehen getötet hab ich hab irgendwie war ein random killer aber noch oh da schieß jemand auf mich ja Unfall random killer da was fast das roll ist wuuu aus Versehen kill würd ich sagen nicht mit dem killen ne sag ich doch da hinten wird getötet was ah lass den Atta am Leben hey du bist fast des Todes du hast eine hässliche Farbe hallo Atta ja guck mal hinter dir äh wer ist da nö der schießt mich eh ab ich will nicht wissen wenn ich sterbe von wem Atta hier ist der Black Soul ja was los oh ich war nicht giftet nein er hat auf mich geschossen Chris ähm entweder ne Black Soul wieso schießt du auf mich ich weiß nicht schon noch ich hab nur gesehen dass du von irgendwo von irgendwoher ein Kreditkosti jetzt hast das war von mir auf jeden Fall Reflections ich bin auf jeden Fall 100% im Inno aber er hat auf mich geschossen mhm und Jan schießt auch auf mich ja weil das was du ihn getötet hast deswegen ja aber ich sag ja ich gebe dazu dass ich ihn getötet habe schlechte Masha die hat schon früher nicht funktioniert bei mir war so eben sorry fürs äh random killen gerade oder für aber ich hab einfach gedacht dass du Tracker bist du auf nichts ziehen wolltest das war Reflections bei mir äh aber Dete bitte auf jeden Fall Chris wieder im Leben er ist Inno wenn du noch lebst Dete Flyke lebst du noch? ja 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 klar so ich bin vergiftet aber da ich ja jetzt ähm jetzt mit dem scheiß Medipack rumlaufen muss kann ich den Grabdengel benutzen das ist ein bisschen kacke anstatt dass ein Diefi mit Norens und ich sterben lässt dann darf ich auch nicht mal quatschen oder 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 freut sich dass wir eine Frau stören heute für ihn oh ja oh ja ja komm Baby ich bin dafür dass es Atta und Jan sind ich bin's nicht oder der Heilig ich auch nicht ja ja das haben sie alle nöt und nachher sind sie Traitor ein Gegengift wär immer ganz cool Gibt's nicht ach Triple T liebt der auch noch ja das ist schon auch Mauer wenn du das kriegen würdest so dem ist dass ich jetzt schon vergiftet bin und jetzt praktisch abwarten muss äh wie das ganze ausgeht sodass ja wenn du den letzten töten kannst ach es ist der Heiler sicher keine Ahnung ich muss gerade überlegen wer diese Poison Gunn immer benutzt geh doch mal eben rüber ins andere Zimmer guck mal eben am Bildschirm hier liegt noch einer hier also Blackstall hatte die Gelegenheit auf mich zu schießen hier liegt Atta Boom hier liegt Atta Boom da liegt voll knallst fort ab hast du was getrunken? bei dir der Drei gelaufen ist da hinten ist Jan angeschossen Triple D ist healthy Eiler geht's auch noch gut hat ein Sniper in der Hand die sind vergiftet scheiße wie ich sowas hasse ich weiß keine Sniper als dieses SMG mit äh Sniper Visier ja die automatische Sniper Jan ist schwer verwundet ja das wird immer schlimmer mit dir wenn Blackstall es ist ist es Heiler auch wollte ich nur kurz anmerken und umgekehrt ja und die beiden sind es beide sind es Blackstall und Heiler sind es ok ok ja ich bin gleich tot ich bin tot ja yeah fuck diese Kombinationsgabe von mir wieder Black läuft bei uns aber Black warum hast du Martin nicht wieder überlebt in der Kabine ich weiß gar nicht ob es noch auf der Wege rum geht warte ich wusste auch Blackstall hat mich vergiftet und dann ich hab nicht vergiftet ich hab nicht vergiftet ich hab nicht vergiftet und stehen natürlich links an den anderen ja und dann könnt ihr auf jeden Fall auch einen Kommentar bei denjenigen da da lassen wie ihr seinen Spielstil findet oder so ja oder ein Däumchen da lassen wie ihr wollt ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Trouble in Terroristown wieder weil die Runde sind 40 Sekunden vorbei deswegen tschau 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 tschau